Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Matthias Orff. Heute ein Tipp zum Thema Finanzen. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, wenn du mehrere Konten hast, die du verwalten musst, Sparbücher, Paypal-Konto und so weiter, dass es etwas mühselig ist, in diesen ganzen Apps rumzuwühlen und die alle auf dem Handy zu haben. Wie wäre es, wenn du alle deine Konten im Überblick hast? Dafür habe ich einen schönen Tipp für dich, die kostenlose App Finanzblick. Die nutze ich selber, die macht Spaß, die ist übersichtlich, einfach zu bedienen und auch sicher. Und wenn das was für dich ist, lad sie doch mal herunter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.